Am Wochenende bei DAF 1, Mikropolis, Hauptstadt der Kulturen. Christine Scherzer ist Schauspielerin und Sängerin und ist als Clownin für die Roten Nasen in Berliner Krankenhäusern unterwegs. Ihre Mutter ist Russin, ihr Vater Deutscher. Bei Moskau bin ich geboren, da kommt auch meine Mutti her und mein Vater kommt aus der Gegend bei Chemnitz, Karl-Marx-Stadt. Und da habe ich auch meine Kindheit verbracht. Welche Einflüsse hat Christines Herkunft auf ihre Auftritte? Mikropolis, alle 14 Tage bei DAF 1.